Es gibt auch ein paar Infos, aber die möchte ich glaube ich noch nicht erzählen. Das werde ich aber mal bei gegebener Zeit durchgeben. Es gibt nur eine Sache in unserem Leben, die wir niemals zurückgewinnen, sobald sie gegangen ist. Und ich rede nicht über Geld und ich rede nicht über materielle Dinge. Ich rede von Zeit. Sie ist ein einzigartiges Konzept, eine einzigartige Idee, die wenn man sie richtig einsetzt, beinhaltet sie die Eigenschaft für Erfolg, für Glück und Wachstum zu allem, was wir wollen. Aber sie ist auch der Grund, warum wir das alles nicht erreichen. Morgen ist auch noch ein Tag, aber die Wahrheit ist, jeder Morgen, wenn wir aufwachen, laufen die Stunden, die Minuten, die Sekunden, die wir niemals zurückbekommen werden. Heute ist, wenn du den ersten Schritt auf das zugehst, was du willst. Wenn du wirst, wer du sein wolltest. Niemand, nicht deine Freunde, deine Familie, dein Chef. Niemand hat das Recht, dir das vorzuenthalten. Der Einzige, der das kann, bist du. Sowas wie die richtige Zeit gibt es nicht. Nicht nächste Woche, nicht nach deinem Abschluss oder sobald du in Rente bist. Wir denken so sehr an unsere Zukunft, dass wir die Gegenwart bereits vergessen haben. Viele von euch denken garantiert, okay, der Dude ist Fotograf, macht Filme und so weiter. Das war aber nicht mein Hauptjob die letzten sechs Jahre. Tatsächlich habe ich auf den Bau geschafft im Sanitärbereich und glaubt mir eins, wenn ich euch sage, jeder, der sich in einem Bürojob darüber beschwert, dass es ein bisschen warm ist oder dass man für seinen Kaffee bezahlen muss, der muss mal bitte auf den Bau gehen und da arbeiten. Es ist ein knochenharter Job. Du musst bei jedem Wetter raus, du machst dich körperlich über die Jahre kaputt und du hast ständig Zeitdruck. Und vor ein paar Monaten gab es dann einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss da jetzt aufhören. Und zwar ging es zwischenmenschlich zwischen mir und meinem Chef nicht mehr. Ich erzähle gar nicht, was passiert ist. Es geht niemandem was an außer ihm und mir. Aber das war wirklich für mich der Schlussstrich, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe Sonntagabends Angst gehabt vor Montagmorgen. Und da habe ich wirklich im April die Reißleine gezogen und habe selber gekündigt. Und wo ich euch da erzählt habe in Füssen, dass ich gerade an ganz vielen am Abmachen bin und so weiter, hat folgenden Grund gehabt. Und zwar habe ich jetzt die letzten paar Monate sehr viel Zeug mit dem Arbeitsamt ausfüllen müssen. Ich habe ein Gründercoaching besucht, habe meinen Businessplan erstellt, eine Kostenkalkulation und alles, was dazu gehört. Und ab heute, wenn ihr heute dieses Video seht, habe ich mich wirklich Vollzeit selbstständig gemacht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Schiss ich habe. Ich meine, sein eigener Chef zu sein, es klingt super. Es ist, glaube ich, ich hoffe, dass es super ist. Aber es steckt so viel Verantwortung darin. Und ich habe Schiss. Ich habe ganz ehrlich Schiss, das sage ich euch total ehrlich. Aber es ist eine gesunde Art von Schiss. Diese Angst, wo dich jeden Morgen dazu antreibt, heute noch mehr reinzuhauen und noch mehr Gas zu geben. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut, euch das heute wirklich sagen zu können. Seit heute bin ich selbstständig. Und ich werde mir so den Arsch aufreißen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, damit das hier wirklich laufen wird. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass es laufen wird, weil ich reiße mir tagtäglich die letzten paar Wochen immer den Arsch auf. Und ich habe schon so gutes Feedback bekommen. Und was ich damit sagen möchte, ist einfach, eure Zeit ist wertvoll. Wenn ihr merkt, ihr seid nicht zufrieden in eurem Job, ihr habt Probleme beim Schlafen, ihr könnt nicht mehr richtig essen, ihr habt einen Burnout oder sonst was. Zieht die Reißleine. Es ist nur ein Job. Und kein Job der Welt ist wichtiger wie eure Gesundheit. Bitte nehmt euch das zu Herzen. Ich habe es selber am eigenen Leib merken müssen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich freue mich aber tierisch drauf. Und ab jetzt viel, viel, viel mehr Content. Viel mehr Videos. Viel mehr von dem einen hier. Ich habe Bock. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Sag mir, wenn morgen dein letzter Tag wäre, wirst du ruhigen Herzens sagen können, dass du dein Leben genossen hast? Oder wirst du dir wünschen, den Mut gehabt zu haben, dein Leben zu leben? Diese Welt, deine Welt steckt voller Wunder. Wieso? Dann nicht auch du. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020